Meine Damen und Herren, was Sie jetzt witnessen werden, wird hoffentlich die beste Imposter-Runde meines ganzen bescheidenen Lebens werden. So killt denn Caruso niemanden, Alter. Digga, Caruso ist so bad, Alter. Was für eine Sch***. Ich mein, ich bin mit dem Besten, mit dem Allerbesten Besten, den es gibt. Mit dem bin ich jetzt Imposter zusammen. Klar, oder? Richtig. Das ist gut, weil das ist Caruso. Da bin ich jetzt, das ist nicht immer, wieso bin ich immer zum Anfang Imposter? Sehr gut. Uh, 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 wow. Hallo, hallo, ich bin Revi. Ich habe den Buddy auf Camps gefunden. Okay, nice. Ich wollte gerade Richtung Camps laufen und dann wurden Coms sabotiert. Dann bin ich zurückgelaufen. Dann konnte ich Romatra tot auf Camps sehen. Dann gehe ich davon aus, dass der Killer während Coms kaputt war, Romatra unten auf Camps getötet hat. Wer kam von unten Richtung Coms? Ganz kurz, bevor du das weiter sagst. Ich habe dich mit Trimax rumlaufen sehen. Als ich oben in ein Labor reingegangen bin, da waren Trimax. Du kamst gerade von unten, wie nennt man das? Specimen Room. Aus Specimen Room oder hinten Labor oder so kamst du? Nee, ich kam nicht aus Specimen Room. Ich habe gesehen, wie Reapers und Fabo da gescannt haben oder wollten sich gegenseitig scannen. Reapers habe ich einmal gesehen. Wo genau war die Leiche da oben? Unten vor den Waterwheels. Da habe ich den toten Romatra gefunden. Hey, aber ich und Reapers waren nicht scannen. Das stimmt, kann ich nicht. Warte am Anfang. Oh, hört mir doch mal bitte zu. Das sage ich, weil Kevin mich beschuldigt. Das, weil ich am Anfang im Labor war mit Trimax. Am Anfang der Runde bin ich nach rechts gelaufen. Da sind Reapers und Fabo dann auf den Scanner gegangen. Da bin ich aufs Leicht rausgelaufen, weil ich Richtung Camp... Ich war die ganze Zeit am Licht, vielleicht Trimax, aber ich... Jungen, wer hell ist? Wer war hell? Ich war's nicht. Ich kenne Rewi. Rewi, warst du auch im Labor? Ich bin ganz am Anfang im Labor reingelaufen, bin aber dann wieder zurück nach Office gesteppt, weil ich da die Slide-Aufgabe gemacht habe. Ist ja auch völlig random, das, was Kevin gesagt hat. Karuso ist auf jeden Fall sus. Nee, Karuso, Karuso safe. Doch, 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 doch. Karuso safe sus. Auf jeden Fall, was ich kurz sagen kann, ist zu Fabo. Fabo stand bei Electric die ganze Zeit an dem Lights-Ding und dann ging ich vor allem die Lights auf. Dann waren die Lights aber halt auch instantly fix. Ja, weil ich gecampt habe. Ich habe Lights gekämpft. Warum macht man das? Ja, natürlich. Ja, dass die Dreh-Ding und dann... Ja, okay, dann... Ja, okay, dann... Damit du dich so erstmal so ein Alibi suchst, die auch nicht direkt. Das ist ein... Das ist ein richtiges... Das ist ein... Oh! Das ist der Webnetz von Fabo. Das ist der Webnetz von Fabo. Du kannst nicht einmal was Positives zu mir sagen. Nochmal ganz kurz. Papa klattert mit seinem Call am Anfang. Pepega. Reapers kam von da, wo die Leiche war. Die Leiche lag in South West. Wenn ihr guckt, auf den Camps unten rechts am Rand lag sie. Ist Fabo jetzt da? Er kam von unten Richtung Comic-Ding. Nein, ich bin... Weil Reapers hat... Ich kam von da, ich kam von da, aber da lag keine Leiche. Das stimmt nicht. Reapers hat den Call und das stößt. Ich hab die auf den Camps gesehen und bin nicht mehr hingelaufen. Also ich würde Reapers und Caruso im Auge behalten, Freunde. Und was, mit Fabo? Äh, nee, fein, fein. Du kannst mich, äh, safe haben mit Fabo, ne? War nichts gemacht, ey. Reapers safe. Ruhr, Ruhr, Ruhr. In meinen Augen ist Danny's Hass. Ist mal schön Trimax weggemordet, Alter. Das ist geil. Ich habe gesehen, wie Caruso die Leiche gerade gekillt hat. Äh, grau. Ich glaube, es ist Danny. Ich hab extra gewartet oben, weil ich die ganze Zeit Caruso-Sass hatte. Und ich hab extra... Das war so schlecht, Bro. Ich hab extra gewartet, weil ich wusste, dass du jemanden umbringen wirst. Weil du dich so auf Alibi-mäßig da an diesen Tastatur-Dings dargestellt hast in, was ist das? Admin. Dann bin ich noch mal kurz zurückgekommen und dann hab ich gesehen, wie Danny da tot ist. Und in dem Moment hat Caruso die Leiche reportet. Ist ein schönes Buch, was du da gerade geschrieben hast. Aber... Shut the fuck up. Bin mit Danny und Papa Blatter durch Specimen gelaufen. Bin dann weitergelaufen. Hab gedouble-checkt. Hab ich einen Toten-Ding gefunden. Papa Blatter getötet. Papa Blatter hat mich in der ersten Runde direkt gefrontet. Ich weiß nicht, wer der zweite Impostor ist. Ich find's super-sass, dass Reapers direkt auf dem Training aufgesprungen ist, dass ich's angebend bin. Und ich bring das Kahn. Lass mal nicht voten, lass mal nicht voten. Ey, ey, ey. Das macht keinen Sinn. Es könnte, es könnte eine Aussage wie eine Aussage. Ich meine, klar, es ist jetzt eine einzelne Aussage. Ich fühl das. Caruso war in der ersten Runde auch Sass und war auch mit Trimax unterwegs. Es könnte von beiden das lieber Mind-Gang sein. Ich war in der ersten Runde nur Sass, weil du gesagt hast, ich bin Sass. Okay, true. Rewi kann confirm, dass du mit Trimax unterwegs warst oder Rewi ist selber auch Impostor. Ne, Laboratory hab ich ihn gesehen mit Trimax, das stimmt. Jungs, es ist hundertprozentig Caruso. Ah, perfekt. Good job. Digga, Caruso ist so bad, Alter. Ja, Digga. Ich weiß, dass ich lieber Tasks gewinne. Das ist das Problem. Digga, Rewi, die dumme Sau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Digi. Oh, F***. Hat auch noch abgeschlachtet. Oh, David, guter Knoll. EDI Win. Aber ganz kurz, wer war, ähm, wer war der zweite Pop-Song? Ich bin Rewi, aber Kevin. Ah, also doch. So sehr. Oh mein Gott, Digga. 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 Oh mein Gott, jetzt, Digga. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Caruso und ich, Digga. Wenn das jetzt kein Five-Head-Game wird, Digga. Also, wenn das jetzt hier nicht... Meine Damen und Herren, was Sie jetzt witnessen werden, wird hoffentlich, die beste Imposter-Runde meines ganzen bescheidenen Lebens werden. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier auch abliefern können, meine Damen und Herren. Ich bete darum. Caruso, snacken wir jetzt den Doppelkill? Okay, doch nicht. Moni, wo war die Leiche? Also, Dena, du standest halt gerade direkt vor dem Eingang von Dings und die Leiche war gerade genau zwei, drei Meter weiter in dem Gang zum... Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich war in Storage und hab zum zweiten Mal aufgefüllt. Ich hab's einmal ganz am Anfang gemacht, hab das rechte Ding gemacht. Wer hat... Levertory bin ich special im Raum, bin ich wieder unten wieder raus und bin dann so zu Storage wiedergekommen und nochmal aufgefüllt und hab dann das oben die Rakete gemacht und wollte dann rein, um meine letzte Aufgabe bei O2 zu machen. Hol... Dena, Junge, halbe Buch auswendig gelernt. Glaubt ihr, dass Dena es hätte sein können? Ich meine, wir haben fast die ganzen Aufgaben fertig. Es ist bis jetzt einer tot. Ich kann mir schon vorstellen, dass Dena einer der Imposter ist. Ich hab richtig viele Aufnahmen gemacht. Brennan, könnte es auch gewesen sein, Brennan. Brennan, sag doch mal kurz, was du gesehen hast, bitte. Tino war mit Dena... Ich bin in dem Gang... Ich bin in Richtung... Ja, genau. Wir wollten ja Dena fixen. Und dann bin ich Dena entgegengekommen, der vor dem Zonen Eingang Richtung Electrical stand. Und dann in der Mitte vom Gang zum Dena lag halt die Leiche. War eine Leiche. Ich glaub halt echt... Ich glaub halt echt, Dena wird nicht gewendet oder so. Guck mal, warum sollte... Warum soll auch Dena weg... Ja gut, okay, er hätte auch wenden können, True. Aber warum sollte er weggehen, wenn... Der D... War ja noch nicht gefixt zu dem Zeitpunkt. Der Seismic musste gefixt werden. Und Dena ist nicht hingegangen. Und da lag eine Leiche. Ist für mich relativ eindeutig. Ja, aber... True, 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 true. Romatra und Trimax sind auch einfach weggelaufen. Ja, aber Romatra und Trimax sind immer zusammen unterwegs. Und Trimax macht sowas nie. Ja, real talk, Alter. Also, keine Ahnung. Ich finde... Wir müssen ja auch niemanden voten. Aber ich finde... Ich finde Ice und Felix auf jeden Fall mal nicht verkehrt, glaub ich. Ey, ganz kurz, ich will nochmal kurz die Call mit... Mit... Mit Trimax und Romatra, was war da? Ja, Digga, die rennen halt immer zusammen random rum. Und Trimax macht solche Events nie. Der macht immer nur seine... Lass doch jemanden mit mir rumlaufen. Lass doch jemanden mit mir rumlaufen. Und dann werdet ihr sehen, dass er nicht stirbt. Dann ist er tot. Okay, ich lauf mit Dena rum, wenn die Truppe ist. Das ist Dena. Ja, Digga, wir können kein Double Kill machen, wenn drei Leute da sind. Das geht nicht. True inside here. Ah, und Revy ist es. Revy ist es. Ich hatte gesehen, dass Caruso oben bei Electrical schon war. Da waren aber eben sehr viele. Wir waren da alle zu Light fixed. Und Ruf hat sich zweimal Sass bewegt. True. Okay. Also ich weiß, dass Caruso Electrical Lights gefixt hat. Ich bin vorbeigegangen. Aber das war way before. Also Nojo so gefühlt. Ich habe gerade die Lights gefixt mit Crew inside zusammen. Mhm. Es waren halt eben alle da tatsächlich. Also es waren wirklich komplette Server weiter. Wer ist noch gestorben? Wer ist noch gestorben? Oder war es noch Dena? Nee, Fina. Warte mal. Warum hast du gevoadet? Ich habe geskippt. Wir sind sieben. Wir brauchen noch zwei Aufgaben. Ja, Retalk. Ja, tschuld. Ultras Task auf Caruso. Dann... Ich call leichtes Task auf Trimax, weil es hier so langsam geht. Weil es so lange braucht. Aber das kann man auch nicht metermäßig spielen. Weil die Tasts so schnell sind. Guter Call, Matric. Oh, Matric hat nur noch alle Tasts. Du hast mich alle Tasts machen sehen. Ich habe alle fertig. Bitte macht eure Tasts fertig. Danke. Stopp nach vor. Stopp nach vor. Achso und alle Leute, die Tour sind mit auch Aufgaben machen. Wieso killt denn Caruso niemanden, Alter? Check ich nicht. Was war das denn, Revi, du Opfer? Revi und Caruso? Bro. Ja. Was denn? Alter, ich hatte recht mit Caruso. Let's go. Caruso, Bro. Du hast einen gekillt, Mann. Ich habe zwei gerade in der Runde geholt. Wir waren immer zu fünft. Wir waren immer zu fünft. Das sind sehr viele gestackt, glaube ich. Ja, ja. Eben. Das war das Problem. Erstens alles überwichtig. G, G.